Hallo meine Süßen, ich bin Mia Julia, ehemals Mia Magma und am 30. April ist es so weit, da komme ich zu euch nach Knesebeck in die Schützenhalle mit meiner Original-Mallorca-Show Nur noch Schuhe an. Und ja, Name ist Programm, ihr könnt euch vorstellen, was am Ende passiert und ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Wir reißen gemeinsam die Bude ab und am 30. April. Tschüssi, eure Mia.